herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp des tages heute am donnerstag ja an der börse sorgt donald trump mal wieder für höchste nervosität die kurse fallen nachdem er neue importzölle auf chinesische waren angekündigt hat eine aktie der das ganze aber nichts anhaben kann ist marine harvest haben sie bestimmt schon mal gehört es geht hier um eine lachsfarm aus norwegen ja klingt relativ unspannend aber wenn man sich den chart anschaut dann ist jedoch ja richtig momentum drin wir sehen es im hintergrund eingeblendet die aktie in den letzten tagen massiv nach oben unterwegs wir haben den widerstand bei 18 euro 50 nach oben gebrochen auf ein neues altzeithoch gestiegen ja und die aktie hat richtig dynamik hier noch mal ein rückblick die unterstützung bei 17 euro wurde erfolgreich getestet anschließend wieder eben in den vorwärtsgang geschaltet und jetzt sind wir auf den weg in richtung 20 euro ja ich denke mal dass hier 20 21 euro auf sich der nächsten wochen durchaus drin sind weil sich die anleger im moment ja um diese fischfarmen reisen da ist marine harvest nicht die einzige davon das ganze macht mit hebel natürlich noch mehr freude wenn das ganze aufgeht hier ein faktor zertifikat unseres produktpartners morgen stanley mf6 buj aktueller kurs 14 euro nur 7 faktor 3 wie gesagt sind hier zwischen 15 und 20 prozent potenzial was wir noch sehen das ganze heißt im schein um die 20 22 euro im besten fall wenn das szenario aufgeht stopp kurs bei 11 euro 80 um sich eben auch gegen verluste abzusichern das war es schon wieder für den heutigen handelstag viel erfolg beim traden und wir sehen uns morgen wieder am freitag bis dahin